...durch Fahrerlagerkurve. Was ist da passiert? Da hat einer der VW-Piloten den Fiesta angeschoben und dann gab es eine kleine Kettenreaktion. Heinz Hittröng war da auch dabei. Der andere Fiesta flog nach Ausnazar in der kleinen Division 2, in der Schikane. Ein mächtiges Tovoa Bo. Spitze kommt jetzt aus der ersten Runde.